Wie in jedem Krankenhaus ist auch für uns im Helios Klinikum Aue die Patientensicherheit extrem wichtig. Und dazu gehört immer das hygienische Arbeiten. Niemand möchte doch für sich oder seine Angehörigen, dass er oder sie im Krankenhaus eine zusätzliche Infektion erleidet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017